Wir kommen zum Runkel, der nördlichen Altmark, zur Veredelung der dort zahlreich vorhandenen Springstelle. Er spricht nicht vielleicht zu schwecknagulär, aber er spricht oben drüber, macht einen sehr routinierten Eindruck und was mich jetzt ganz besonders begeistert hat, er hat hinten sehr, sehr schön aufgewandelt. Tolles Pferd, ich freue mich. Komm mit Tender, meine Damen und Herren. Und es geht gleich mit vierjährigen Hicks weiter. Aber für mich ist das auch richtig gut, meine Damen und Herren. Komm mit Tender.